Hallo zusammen. Ja, ja, eine ganze Weile ist vergangen seit dem letzten Video. Ich glaube, das ist mindestens ein Monat oder länger. Das hat medizinische Gründe, die nicht so relevant sind. Und das hat Temperaturgründe, weil es ist warm und warm und Sonne reizt halt eher zum nach draußen gehen, als zum noch mehr vor dem Bildschirm sitzen. Aber nichtsdestotrotz wird es wieder mal Zeit, um euch ins Gewissen zu reden. Und meine Botschaft zu verkünden. Nein, Quatsch. Aber es ist ein Thema, mir aufgefallen, welches zunehmend mühsam wird. Da seid ihr nicht schuld. Das ist ein Zeichen der Zeit, gerade jetzt, wo alles zigmal teurer wird. Aber es gibt immer mehr diesen Reiz, dass es muss alles billig sein. Es muss alles billig und noch billiger und noch billiger sein. Und das ist irgendwo angekommen, spätestens jetzt angekommen, in unserer Firebird-Szene. Und ich finde das ein bisschen nervig. Ja, da geht es zum Beispiel darum, einerseits höre ich viel öfter jetzt, Werkstätten sind zu teuer und wo kriege ich billig das und wo kriege ich billig dieses und Zündspule kaputt. Ja, wo kriege ich jetzt billig? Hat jemand noch eine gebrauchte und, 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 und. Und Jungs und Mädels, das ist doof. Das ist doof. Und zwar ist es aus mehreren Gründen doof. Einerseits gehen wir hier mal in unseren Service-Bereich. Da sehen wir gewisse Dinge. Gehen wir mal zu der Zündspule. Das ist so ein Thema für sich. Hier Zündspule. Genau. Nehmen wir hier die vom TBI. Gehen zu Rockauto. Das nehmen wir gut. Nehmen wir jetzt mal als Basis. Ja, die kostet hier 25 Dollar. Ja, ist mir bewusst, bis die in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich ist, ist die teurer. Das ist klar. Logisch. Aber eine Zündspule ist eines der Top 5 Verschleißteile eines Toccan. Ist einfach so. Und auch wenn hier Delphi draufsteht, Delphi ist gut. Delphi. Ich fahre selber Delphi Zündspule und Zündmodul. Das ist okay. Das sind gute Geräte, aber es sind Verschleißteile. Und es sind Verschleißteile, die nicht mehr 30 Jahre halten wie die erste AC Delco von damals aus den 90ern. Eine Zündspule, die mag 2 Jahre halten, 3, 4 Jahre halten. Warum? A. Ist sie günstig produziert, sonst würde sie nicht 24 Dollar kosten. B. Es ist einfach generell ein Problem mit diesen Zündspulen, weil die an einem Punkt montiert sind im Motorraum. Und zwar ist es egal, bei welcher Motorisierung, an dem die einfach heiß wird. Das ist einfach, wie auch das Zündmodul, wie der Verteiler selber. Aber das ist an einem ungünstigen Ort verbaut und dementsprechend gehen die kaputt. Und jetzt kann man sagen, ja die erste von damals, die ging nicht kaputt über 30 Jahre. Das ist absolut richtig. Will ich auch gar nichts dagegen sagen. Aber die hat damals als Ersatzteil nicht 24 Dollar gekostet. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie die Ersatzteilpreise damals waren. Aber ich würde jetzt mal, wenn ich die NOS-Preise anschaue. NOS-Teile übrigens, ein eigenes Thema. NOS heißt New Old Stock. Das heißt, das sind Originalteile, die aus dem Lager von GM von damals kommen. Und NOS-Teile, die sind heute unbezahlbar, wenn es sie noch gibt. Ich habe kürzlich von einem MAF in einem Video gesprochen, welchen ich als NOS-Teil gekauft habe. Sowas kostet heute einfach das, ich sage mal, Fünffache von einem Reproduktions-MAF. Der Unterschied ist nur, dass er funktioniert und dass er eben wieder 20 Jahre funktioniert, wenn man ihn richtig behandelt. Genauso wäre es mit einer Zündspule. Würde man heute eine Zündspule finden aus dem Ersatzteillager von GM von 1991 und man würde die verbauen, die würde vielleicht wieder 20 Jahre halten. Absolut. Zündmodul dasselbe, Verteiler dasselbe. Aber es würde, wenn man es überhaupt noch findet, wirklich ein Geld kosten. Richtig Geld kosten. Nur die Frage stellt sich nicht, weil wir es nicht kriegen. Und dann diskutieren wir öfters mal darüber, hier Zündspule kaputt hat nur zwei Jahre gehalten. Ja, um Himmels Willen, die kostet 25 Dollar. Kauf zwei, schmeiß einen in den Kofferraum. Man weiß, dass die kaputt gehen. Dann nimmst du eine mit. Und wenn die halt nach zwei, drei, vier Jahren halt mal die Grätsche macht, die ist in zwei Minuten getauscht. Völlig egal. Das sind keine Preise. Man kann, ich sage mal, man kann zehn Zündspulen von Delphi kaputt machen. Das sind 20 Jahre, um den Preis von einer NOS-Zündspule heute rauszuholen. Ist doch völlig egal. Gerade, wir fahren ja diese Autos im Normalfall nicht als Daily Driver. Und dementsprechend, hey, dann geht die halt mal hinüber. Was soll's? Und hier wird an Sachen gespart. Also ich werde niemals eine einzelne Person oder eine einzelne Personengruppe oder was auch immer bezeichnen. Ich merke das einfach generell. Hier werden Sachen, da wird Geld an Sachen gespart. Da fängt man an, Zündverteiler Einzelkomponenten zu tauschen in einen Zündverteiler. Dabei muss man den Zündverteiler, wenn man Pech hat, fünfmal ausbauen, bis alle Komponenten ausgebaut sind. Ja, weil, nee, Zündmodul 1 ist ein bisschen günstiger, als wenn man den ganzen Verteiler kauft. Wir sind hier wieder beim TBI. Ein kompletter Zündverteiler. Richtig, auch da, es gibt keine GM-Zündverteiler mehr. Auch wird es fast chancenlos, wird man einen NOS-Zündverteiler finden. Und braucht's auch nicht. Hier, Cardone-Zündverteiler, 82 Dollar. Dann kostet der halt das Doppelte, bis der da ist. Aber der ist komplett. Da ist alles neu. Zündmodul ist neu. Verteiler, äh, Kappe ist neu. Finger ist neu. Äh, die Pickup-Coil ist neu. Natürlich, auch hier, der hält wieder nicht 20 Jahre. Meistens gehen die nach, ich sage mal, vier bis fünf Jahren geht irgendwas da drin kaputt. Zündmodul hier, hier zu sehen, die beiden Steckerchen hier oben. Äh, das Zündmodul kann man einzeln tauschen. Ist keine große Sache. Die gehen gerne kaputt. Davon gibt's verschiedene Qualitäten. Das ist dieses sogenannte ICM. Äh, kriegt man hier auch einzeln von Delphi. Das in den Kofferraum legen, das ist, äh, Erster Satz, das ist getauscht in 20 Minuten mit dem richtigen Werkzeug. Anständige Wärmeleitpaste. Aber das Zündmodul alleine kostet 45 Dollar. Der Komplettverteiler, irgendwas über 80. Es ist natürlich sinnfrei, wenn man wegen einem kaputten Zündmodul den Verteiler tauscht und danach die Zündung frisch einstellen muss. Da macht es mehr Sinn, man tauscht das Zündmodul einzeln. Aber die Dinger sind nicht mehr in der Qualität, wie sie vor 30 Jahren waren. Was ist noch in der Qualität, wie es vor 30 Jahren war? Das ist die große, bringt mir ein Produkt, bringt mir ein, bringt mir irgendwas, was noch genauso gut ist, wie es damals war. Nichts. Ich glaube nicht mal Toyota ist auf derselben Qualitätsstufe wie in den 90er Jahren. Und das sage ich als Toyota Fan. Aber grundsätzlich, auch hier, Verteiler komplett tauschen. Ja, raus mit dem alten Scheiß, neu reinmachen. Und wenn halt mal ein Zündmodul kaputt geht, dann so eins dazu bestellen, sind halt noch im 50er mehr, Kofferraum werfen. Wenn man das vergleicht, was das kostet, wir haben viele BMW-Fahrer in unserer Gruppe, wir haben viele Mercedes-Fahrer. Wenn man das vergleicht, was für ein gleich altes BMW-Modell eine Zündspule, von dem es ja bei den 6 Zylindern 6 Stück gibt, was die kosten. Die gibt es von BMW, BMW-Qualität, absolut. Aber was die kosten im Verhältnis zu dem, was wir hier zahlen. Wir müssen einfach ganz, ganz, ganz still sein. Einfach nur still sein. Denn der Tag wird kommen, an dem es sowas nicht mehr gibt. Kann ich jetzt voraussagen. Es wird den Tag geben, an dem wir den Tag verfluchen, an dem wir nicht mindestens 20 davon irgendwo in ein Lager geworfen haben und sie ganz gut behütet haben. Denn es kommt der Tag, an dem solche Teile das Zehnfache kosten. Und wir es dann halt einfach brauchen, sonst fahren die Autos nicht mehr. Ist so. Ist bei anderen Fahrzeugen auch so passiert. Weil es sie nicht mehr gibt, geht der Preis hoch. Wir haben Luxussituationen, absolut. Die Preise sind ein Witz. Die Verfügbarkeit ist ein Witz. Wir bestellen in den USA und sind schneller, wir haben das Teil schneller in der Hand, als wenn wir es im selben Land bestellen. Das habe ich selber schon erlebt. Ist tatsächlich so. Deswegen verstehe ich dieses Billigheimatum nicht. Geiz ist geil, ist tot. Das ist in diesem Fall einfach vorbei. Selbes ganz übel beim Ölwechsel. Oh, Ölwechsel ist ganz ein übles Thema. Da kriege ich immer Kopfweh von. Ja, ich bin vielleicht etwas extrem. Ich mache einmal im Jahr einen Ölwechsel mit Filter logischerweise und ZDDP. Dass der ZDDP-Anteil wieder auf dem optimalen Wert ist. Auch wenn ich mal nur 1000 Kilometer gefahren bin. Mag etwas früh sein. Das Öl mag heutzutage durchaus auch noch ein zweites Jahr vertragen. Vielleicht eventuell. Aber um Himmels Willen. Das Öl kostet doch nichts. Jetzt gehen wir hier mal einen Ölwechsel ausrechnen. Jetzt nehmen wir hier Motul XS. Das ist das, was es in Deutschland eben auch noch gibt. Hier. 5 Liter Motul XS. Das hat schon die richtige Freigabe. Das dürfen wir da einfach reinknallen. Kostet 32 Euro für 5 Liter. Wir haben 4,7 Liter Öl. Das heißt, das reine Öl kostet mal 32 Euro. Das haben wir eine Zeit lang, haben wir sowas für CDs oder DVDs ausgegeben. Um einmal zu gucken und ins Regal zu stellen. Dann war es das. Dann rechnen wir noch den Filter dazu. Wenn man schlau ist, bestellt man halt nicht einen Filter für 4,70 in den USA. Sondern 10. Weil die wird man immer brauchen und die kann man lagern. Ein 10er Pack ist A günstiger. B ist es vom Porto günstiger. Und die gehen nicht kaputt. Die halten ewig. Ins Regal stellen. Fertig. Jedes Jahr einen aus dem Regal zupfen. Es sind 10 Jahre Ölfilter da. Das und eine Flasche hier nehmen wir dazu. Wir machen es ja richtig. Wir bestellen hier noch ZDD Plus. Kriegt man in Deutschland. Das ist ein bisschen eine teure Geschichte. Aber jetzt rechnen wir mal zusammen. Wir haben 32 Euro Öl. Wir haben 62 Euro plus minus 60 Euro mit dem Additiv fürs Material. Viele von euch können das tatsächlich selber, weil sie die Ausrüstung haben, Platz haben, Lift haben, was auch immer. Dann, je nachdem lässt man es halt machen, um Himmels Willen ist man halt, hier in der Schweiz sind wir ein bisschen teurer unterwegs. Aber dann sind wir halt bei 150 Franken pro Jahr für einen Ölwechsel, um die alte Pampe da rauszukriegen und die neue Pampe da reinzukriegen und dann ist es wieder schön. Das ist kein Geld. Wir haben ein teures Hobby. Wir haben ein richtig teures Hobby. Da kommt es echt auf sowas nicht an. Das darf nicht darauf ankommen. Wer so ein Auto hat und der hat einmal im Jahr ein Problem mit 150, 200 Franken für einen Ölwechsel, der hat einfach das falsche Hobby. Ich bin jetzt hier ein bisschen direkt, ein bisschen gemein. Aber daran kann es jetzt einfach nicht liegen. Das muss funktionieren. Ansonsten jemandem das Auto geben, der das Budget hat oder die Motivation hat. Meistens liegt es ja nicht am Budget. 150 Franken oder 100 Euro im Jahr für einen Ölwechsel ist absolut hinzukriegen. Für jeden, der so ein Auto fährt, behaupte ich jetzt mal. Aber dann tut es einfach. Er tut es einfach. Gerade bei den Flat-Tapet-Motoren ist dieser ZWDP-Anteil, der sich abbaut, wichtig, damit der Motor eben lange hält. Ihr wollt nicht wissen, was es kostet, einen Motor zu revidieren. Ihr wollt nicht wissen, wohin das es geht, wenn der Motor irgendwann mal auf einem Zylinder keine Kompression mehr hat. Dann wird es teuer. Dann kann man sich beschweren. Aber nicht wegen Peanuts. Das sind die Autos sind so wahnsinnig dankbar für einfache Servicearbeiten. Getriebeölwechsel, um Himmels Willen. Halbe Stunde. Ja, ist eine Sauerei. Definitiv eine Sauerei. Aber auch da. Überlegt euch, was ein, alle 5 Jahre oder 60.000, also sagen wir 60.000 Kilometer, alle 5 Jahre mal Ölwechsel am Getriebe oder alle 4 Jahre. Was das kostet im Verhältnis zu einer Getrieberevision, die locker 2.500, 3.000 oder 3.500 Euro aufwärts kostet. Ersatzgetriebe, von dem man, Tauschgetriebe, von dem man nicht weiß, man baut das aus, man baut das andere ein. Man weiß nicht, ob es dann nach 5 Monaten ebenfalls die Grätsche macht. Einfach pflegen. Die Dinge halten, wenn man sie regelmäßig pflegt. Hinterachse, dasselbe. Eine heulende Hinterachse, gerade mit Differenzialsperre. Die Hölle. Bis man das wieder in den Griff hat und einen Achsspezialisten hatte, das revidieren kann. Oder eine funktionierende Ersatzachse. Habe ich alles durch, kriegt man in meinem Tagebuch hier zu lesen. Hier mal durchstöbern. Schrecklich. Und das könnte man sich sowas von sparen. Einfach mit einem Ölwechsel alle 4 Jahre. Und dann meine ich, das sind knapp 2 Liter Öl, die da rein müssen. Und eine Dichtung. Peanuts. Deswegen, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Auch mal Kühlflüssigkeit wechseln. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Einfach destilliertes Wasser. 50-50 mit Konzentrat. Oder halt direkt hier, Preston, gibt es fertig gemischt. Hier, ja, ja, ja. Hier gibt es fertig gemischt. Es sind 15 Liter. Die gibt es auch in größeren Behältern. Machen. Einfach machen. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Gerade die Vielfahrer. Gerade die, die halt gerne mal Autobahnen und dann gibt ihm. Macht es. Es wird nur teurer, wenn dann irgendwelche Fahrzeuge zu uns kommen, die seit 5, 6, 7 Jahren gar nichts mehr gesehen haben. Anflüssigkeit. Joa, funktioniert. Ich fahre ja wenig. Ja, genau. Genau das ist es ja. Dann haben wir das Problem und dieses Problem und jenes Problem. Und plötzlich sind wir bei Kosten von 3.000, 4.000 Franken mit irgendwelchen Getriebedefekten. Und um Himmels Willen. Umgekehrt ist es dann lustig, wo wir gerade bei Benzinpumpen sind. Das Benzin kann nie gut genug sein. Was ich eins höre mit Shell 100 Oktan und 102 Oktan und das und Jesus und völlig für die Füchse. Die Autos können nichts anfangen damit. Alles über 95 Oktan Benzin ist für die. Was soll ich damit tun? Die kommen nie aus einer Welt, in der 95 Oktan Benzin das war, was es gab und fertig. Reicht. Kein E10. Bloß nicht diesen Ökoschwachsinn da reinstopfen. Das normale 95 Oktan super mit, wenn es halt sein muss, diese 5% Bio-Gitanol da drin. Aber bloß keine Spezialitäten, keine Additive, kein Wirk, nichts. Jetzt einfach guten Standardsprit da rein. Da, da würde man, da könnte man Geld sparen. Wenn ich hier höre, wie viele damit tausende Kilometer mit 102 Oktansprit fahren, weil sie das Gefühl haben, sie hätten ein halbes PS gewonnen. Die Autos können nichts anfangen damit, sofern die Steuergeräte nicht umprogrammiert sind. Gar nichts. Das ist für die, schmeiß einfach durch. Lasst es. Das sind die Sachen, die wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Weil da wird definitiv am falschen Ort gespart. Das ist einfach ein Punkt, den wir so oft. Und das führt immer noch mehr zu Schwierigkeiten. Und dann werden die Reparaturkosten, die Wartungsstaus werden immer teurer und teurer und teurer. Und irgendwann, das ist alles so teuer, kann ich mir nicht leisten. Dann kommt das Auto irgendwo in eine, wie soll man dem sagen, irgendwo in eine Halle, steht in der Ecke und steht da 10 Jahre, weil so viel teuer. Und irgendwann geht es als Teilespender durch. Und das ist schade. Und wie gesagt, die Sachen, die wir hier empfehlen auf der Seite mit den Serviceinformationen, das sind nicht teure Teile, das sind nicht spezielle Öle, das ist nicht irgendwas Premium, Deluxe mit Goldverschnitt. Das ist das Standardgerümpel. In den Standard von GM vorgegebenen Intervallen. Und die Autos lieben das und funktionieren und fertig. Ja, so, jetzt fahre ich den Puls wieder runter. Jetzt wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Das muss einfach sein. Das ist einfach der Punkt, das muss einfach sein. Ein Bier pro Woche weniger finanziert locker einen Ölwechsel pro Jahr. Und das macht wirklich Sinn. Das macht wirklich Sinn. Ja, so. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Geht noch ein bisschen in die Sonne, fahrt noch eine Runde. Und genießt die schönen Autos. Bis bald. Und zum Schluss noch eine kleine Bitte. Hier einmal Daumen hoch. Hier einmal Abo. Und schon habt ihr mich glücklich gemacht. Und dann geht es ja. Vielen Dank.